hallo und herzlich willkommen bei rettokämpfe ich bin natürlich auf die jahr nach dem ticket und heute habe ich das spiel iron heroes viel spaß legen wir los mit stilten punkte mal am ende sagt es geht davon zu gehen an event schau was ratten ist Schlimm-Moodle-O-Ton-Punkte, einfach nichts. Schlimm-Moodle-O-Ton-Punkte, einfach nichts. Okay, Saga, der Wikinger, mal gucken. Ah, okay, da muss ich Fleisch sammeln. Irgendwie. Ja, okay, der Punkt wird nicht verschwimmen, da kann ich nicht ran. Aber hier. Immer noch. Ich kann nur eine Siedlungsmission pro Tag abschließen. Okay. Aber hier, den kleinsten, weil mit dem werde ich sowieso nicht spielen. Rückgang. Schwimmende Insel. Einmal alles abheben und den Handschuh. Ich glaube, der fehlt mir noch. Unterdrücken. Den habe ich auch schon. Ich muss mal kurz gucken. Welcher hält mir noch fehlt von den beiden? Hält. Ach, ich habe auch schon beide. Hm. Welche nehmen wir? Welche nehmen wir? 10.000 XP. 10.000, den habe ich so oft schon. 5.000. Ja, also ein von den beiden. 4.000, 4.000. Eine, meine nächste. Jetzt habe ich den nachgehend. Eine, meine weg. Und weg, höchstens. Ne, wie war's. Keine Ahnung. Nimm mal den. Ja, komm, komm. Egal. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 6. 6. 6. 7. 7. 10. 11. 7. 18. 9. 10. 10. 12. 11. 17. 12. 15. 12. Ja, das ist ein bisschen leiser. Warum kann ich nur nichts? Straßen, ja, das ist ja nur Deko. Und das ist wichtigerin. Ich möchte doch gar nicht bewegen. Ich möchte... Ah, nee, nicht den. Den hier war das, ne? Ah, jetzt geht's. Gut, gut. Dann nehmen wir mal ihn und ihn und den. Dann nehmen wir mal den drin. Ah, nee, den haben wir schon. Den haben wir... Sowas haben wir noch nicht. Rot haben wir. Kein Deal an. Dann nehmen wir den... ...kleinsten 100 da, den hier. Also nicht den kleinsten, sondern der, der hinten steht. 140, 1. 1, 2. 3, 4. Und der letzte... 120, 11. 12. 1, 2, 3. Ach, den habe ich schon tot im Kopf. Mal plauden. So. Kämpfen. Und GAU. Erkunden. Einmal geht das. Ansehen. Das ist im Stück habe ich. Ah, nicht den. Die alten gut ausfallen als Tank, aber immer wenig hart. GAU. Gewonnen. Ja, ist supi. Dann geht es gleich weiter. Fette mal. Jawoll. Stünder mal. Hilfesystem. Schau mal. Uh. Loll. Gewonnen. Weiter jetzt. GAU. 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 Das läuft ja wie am Schnürchen hier. Wahnsinn. Okay. Und der letzte. Geht nicht mehr. Gut. Okay. Wie war das jetzt? Da. Auf der Welt. Perfekt. Perfekt. Geht immer noch nicht. Erstmal Level 20. Waaa. Welches Level habe ich denn? Ah, so. So kam ich da raus. Gut. Ich bin in Level 12. Noch 8 Level. Dann kann ich das weiter bauen. So. Okay. Also war ich hier schon mal. Auf der schwebenden Insel fertig. Beschwerungskreis. Da haben wir kostenlos. Da haben wir kostenlos. Da haben wir kostenlos. VIP. Was ist das sowas von doof hier? Guck mal. Ich habe schon 3.400. Und bei 1000. Ich denke mal extra Beschwerungen. Durch hochwillige Beschwerungen. Wenn hier in einem Fall ist, erhalten sie die VIP 3 oder höheren Spieler. Einen zufälligen 5 Sterne heftig. Nur weil ich kein VIP bin. Aktiv aufstellen. Den. Und den. 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 Nochmal den. Ja. Match. Ich könnte den hier doch noch austauschen, ne? Gegen den ja. Dann habe ich alles. Jawoll. Glaubst du nicht da was mit solchen Haustieren, die man auch noch mitnehmen konnte? Das war 160. Hier unten. Und das ist ein Tank. Ich habe ein Tank hinten reingeschmissen. Übernehmen. Jawoll. Kampf. Hier. Da ist ein Tank. Warum ist denn der Tank da? Im quer. Komm. Komm. Du musst dich aufhören. Du musst dich in Erfahrung bringen. Komm. Du musst dich diese Erfahrung machen. ich bin davon mit 13.5 kann ich hier erst rein okay aber die arena auch schon fertig das dauert immer so lange hier überspringen oder überspringen so geht das bisschen schneller so sieht man zwar den kampf nicht aber schafft man mehr den verschwind langsam stimmt ja warte da war noch einer falsch ne der hier das war ein nahe kämpfer dann schau mal den kampf an das war ein nahe kämpfer also das war auch ein nahe kämpfer da brauche ich hier eigentlich so einen gleichen drüber stefan stefan was machst du da kann ich den hier raus tun da so und nahe kämpfer guck mal alles und war der da oben ist eine nahe kämpfer nicht ich glaube nicht noch einmal gucken machte auch etwas nachkämpfer ach egal das war jetzt überspringen der ist gleich da sind ein paar leute down gegangen das heißt ich werde ihn hier reinsetzen ich werde ihn hier reinsetzen ähm den toten kopf reinsetzen ja ok lila habe ich ja nicht mehr ich habe nur ein lila und aber den fliegel dingens boomens das heißt ich werde ich jetzt schon die gleichen drunter beide auf 100 scheiße ist egal ob jetzt nahe kämpfer oder so ist einfach einsetzen was da ist das geht rein oh 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 okay okay till it's to come oh that's the tank that was magia da sieht mir aus wie ein tank ach ja das war eine heilerin gewonnen gewonnen ich hab gewonnen oh ist total stark ach ne der ist auch ein tank das weiß ich das ja du 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 Er ist ein Tank und er war ein Tank, ah, warte mal, er ist ein Tank. Okay, dann aber die Heilerin, ja, dann weiter komme ich nicht. Gut, dann war es das hiermit. Öffnen. Und öffnen. Ach, so wenig von diesen Münzen. Auch so wenig Münzen. Gut. Leben. 66. Für ein andermal. Meine Dailies. Was haben wir hier noch? Hier war noch schon drin. Upsack. Ad Fakten. Einbeschwören. Und hier nochmal zwei. Mit der Spiegel war ganz. Einen Beschwören. Noch mal einen. Und dann nochmal einen. Da hab ich gar nichts von. Was ist das? Ist doch auch was? Keine Ahnung. Zusammengebautes. Den habe ich schon. Wunderkind. Das muss man mal bei Schmiedepuppeln. Was ist das? Da ist das was. Acht Stücke. Zwei Mal. Das war's. Oh, hier. Fünf. Da guckte ich es auch nochmal einmal. Oh, hier. Fünf. Zwölf. Der nächste. Zweimal. Dreimal. Sogar viermal. Der nächste auch dreimal. Dreimal. Ich kann nicht rechnen. Fünf. Ach. Da läuchten wir noch. Damit kann das mit 13.5% sein sein. den muss auf jeden fall noch aufleveln bis 140 aber dann kann ich ihn noch mal ausrüsten gut 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 Ich höre es, dass es noch ein paar andere klinge ist. Untertitelung des ZDF, 2020 gleich fertig 40 50 60 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 61 61 62 61 61 61 61 62 63 62 63 64 64 64 64 64 65 64 65 65 65 66 64 64 65 65 65 65 64 65 noch die andere machen können. Einen billigen Gegenstand im Markt kaufen. Was ist hier? Ist das normal geworden? 30 Millionen. Punkt. Na gut, komm, kauf mal dich. Okay, ach, hier können wir noch Preiswerte holen. Dann aber andere Münzen. Zweimal auf erhalten und Schlacht tippen. Leute. Erhalten. Lenden. Ach, genau, den muss ich holen, dann kann ich das eine machen. Das geht so fett, ne? Oh, warte mal. Den da rein. Den da rein. Und jetzt wird noch ein blauer. Ja. Ja. Jetzt haben wir alles damit drin. Ah, und. Genau. Einsetzen. Den Hund nimm mal mit. Die ganze Zeit vergessen das Haus mitzunehmen. Klingt aber nichts. Nichts. Ich sehe alle 159. Alter, Frau Walter. Und da krieg wir das nächste. Mhm. Egal. Abholen und abholen. Haben wir fertig. L-Day ist heute. Ging schnell, oder? Es geht natürlich noch schneller. Weil ich gerade nur die Dällys machen würde. Aber ich habe erst noch die Roten Punkt eingesammelt. Und das dauert noch ein bisschen länger. Ne? Weil die Roten Punkt ist ja meistens was geschenklich. Außer hier ist ein Kampf, den ich nicht ausüben kann. Gilde, ein Kampf, den ich nicht ausüben kann. Und da oben muss, glaube ich, mit Facebook war das. Ich hoffe, dass es ein 1 auf 160 einhält. Hm. Ich denke nicht. 160. Juhu. Schaff ich ja doch. Trommelantraum. Nicht 9 Level höher. Verzüchter. Was ist das? Schaffe ich es, oder schaffe ich es nicht? Das ist schimpfbar. Gewonnen. Weiter. Gewonnen. Weiter. Gewonnen. Jetzt bin ich bei 150. Mach ich den noch. Dann bin ich bei 151. Passt da genau. Ja. Ne. Ja. Steht ja auch 100 Fuß abschließen. Schieß einmal ein. 6 Sterne drin ist. 6 Sterne drin ist. Ok. Dann wird die auch noch alle fertig. 6. 2. 1. 2. 2. 2. 3. 3. 3. 3. 4. 5. 3. 1. 1. 1. 1. 7. 1. 1. 2. 2. 3. 1. ich sage schon mal hier zwei neue ich habe hier alles voller solcher holzpuppen 1 2 3 so viele doppelt wie kann nur zwölf einsame da muss ich doch dann zum globales gewählt schicksalspol war das, ein diffusionskreis ja wohl ich habe nur einen helden level 1 aber ganz stark wo ist der wo ist der hm ich finde den nicht da ist er da ist er erstmal so schnell wie es geht auf level 100 dann kriegt er eine rüstung ok musst du stein einsetzen schick kann ich den jetzt auf 100 machen ok ich würde mal sagen was war es denn für heute und da muss noch eine und es gibt nicht abholen egal nochmal schauen können wir was machen fusion geht auch nix geht auch nix geht auch nix und da geht auch nix ok supi dann beende ich das spiel und ich sage dankeschön fürs zuschauen ich würde mich freuen wenn auch nix bei bei seid bis dahin wünsche mich viel spaß und auf wiedersehen tschüss ins e das